Liebe Zuschauer, auch an diesem traumhaft schönen Wintertag gibt es aus jagdlicher Sicht wieder einiges zu berichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DJZ News. Was lange währt, wird endlich gut. Na mal abwarten. Dennoch hat das Gerangel zwischen CDU und SPD auf Bundesebene vorerst ein Ende. Der Koalitionsvertrag steht und in dem Schriftstück haben sich die Vertreter beider Parteien auch auf zahlreiche Änderungen im Bundesjagdgesetz festgelegt. Änderungen sind unter anderem beim Thema Munition, Schießübungsnachweis sowie Jungjägerausbildung geplant. Weitere große Ankündigung, der Schutzstatus des Wolfes in Deutschland soll überprüft werden. Die Vertreter des Deutschen Jagdverbandes zeigen sich über die geplante Novellierung des Bundesjagdgesetzes sehr erfreut. Im Landkreis Friesland in Niedersachsen rettete ein Jäger mit seinem Hund vermutlich das Leben einer demenzkranken Frau. Wie nwzonline.de berichtet, hatte die Frau ihr Haus im kleinen Örtchen oben Strohe verlassen. Als sie nach einer knappen Stunde immer noch nicht zurück war, verständigte der Ehemann die Polizei. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen rückten umgehend mehr als ein Dutzend Polizisten zur Suche aus. Doch erst ein Jäger fand die kranke Frau. Sie lag hilflos auf einer Weide. Mit leichten Unterkühlungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Wer annimmt, mit einem 300 Kilogramm schweren Waffenschrank sei er auf der sicheren Seite, liegt falsch. Denn in der kleinen Stadt Röbel an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern wurde vor kurzem ein solcher Waffenschrank geklaut. Einbrecher drangen in ein Haus ein und klauten den schweren Tresor eines 60-Jährigen mitsamt acht Langwaffen sowie fünf Kurzwaffen. Außerdem erbeuteten die Langfinger mehrere tausend Euro Bargeld. Aufruhr gab es am vergangenen Freitag auch in Menden in Nordrhein-Westfalen. Gegen 15.30 Uhr stürmte eine Sau das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Anwohner entdeckten den borstigen Hausbesetzer und alarmierten die Polizei. Beamte und ein Jäger rückten daraufhin an, um die Lage zu klären. Doch dazu kam es gar nicht. Denn kurz bevor der Jäger die Sau erlegen wollte, ging der Schwarzkittel stiften. Polizeibeamte im nordrhein-westfälischen Verdol mussten dagegen zur Tat schreiten. Ein Reh war in einem Swimmingpool gestürzt und kam von allein nicht mehr frei. Das Stück drohte zu ertrinken, doch so weit ließen es die Beamten und Anwohner nicht kommen. Beherzt griffen sie zu und befreiten das Stück aus der misslichen Lage. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen sieben Tage. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin. Weidmannsheil. Vielen Dank.